Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf Xen mit der dicken Muddi hier. Gerade abgehauen hier. Und ähm... Ja, aber... Boah, wie sie hier abchecken was hier alles. Woah woah woah, fast 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 fast... Verrecker, verreckt, Verreckt, Alder. So, sie... Einfach mal speichern, ist egal. Kostet nix, ne. Hier, ohne... Ähh, da... Und hier Hab ich ja zwischendurch ein wenig informiert Das sind Heilungsstätten Sag ich mal Das ist natürlich Gold Braucht man nicht die Spitze Zack 6-8 7-8 8-8 8-9 8-10 9-10 Top Also besser geht's net Und ähm Das Raketwerfer Oh Da kommt schon wieder hier so ein Hüpp 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 Wo, 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 wo. Oh, shit. Nun gut. Oh, shit. Oh, shit. So, und jetzt gehen wir aber doch noch mal aufladen, weil das gute Stück hier hat... Oh, fuck you, man. Fuck you, Hardware. Hat... Bekämpft man wohl auf drei Stages wohl irgendwie. Hab ich recherchiert. Ja. Drei Stages, ey. Das ist die, äh, Big Whore. Äh... Ever. Oh. Hüpp. 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 Ich will jetzt hier... Mal so... Hüpp. 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 Ich hab langsam keinen Bock mehr mit dem Scheißvieh hier. Die kleinen Arschgefickten Krabben hier. Scheiß, 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 Scheiß. Oh, da bist du ja. Jo, wie können wir das jetzt hier am besten? Geregelt hier. Okay, da habe ich keine mehr. Ja, Mann. Jetzt hier nochmal die letzten Krabbenköpfe hier wegbumsen. Speichern und dann laden wir uns nochmal auf. Ja. Ja. Ich lasse mich da von den Bitches jetzt hier überhaupt nicht stressen. Vielleicht muss man einfach mal ein bisschen hier durchschrauben. Hupf! Oh, falsche Hecke, ey. Aber in jeder Ecke. Jawohl, jawohl, ja. Jetzt laden wir uns wieder auf. Ach ja. Komm. Was machst du denn? Schön aufgeladen. Schön aufgeladen. Wir speichern hier nochmal. Hier. Friss. Was auch immer. Nutte. Du auch. Friss. Deine Hübsgeburt. Na ja. Na ja, komm, scheiß drauf jetzt. So. Ah, fuck. Mist. What? What? Okay. Wie? Ich hatte doch jetzt hier eben... Ah, komm, nimm mich doch am Arsch hier, ey. Komm, gibts mir. Den guten. Ich hatte doch jetzt hier. Ja. Okay, jetzt ganz sachte. Ich wollte da nicht runterrutschen. Sachte. Langsam. Komm, 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 komm. Okay, ist sehr rutschig hier. Ja, ist natürlich doof, dass man jetzt ein bisschen wenig sieht, aber ich glaube, wir müssen dann langsam dieses Scheiß-Feeder als bearbeiten zu müssen. So, langsam langt's. So, probieren wir's mal mit dem hier. Na. Aber wir haben ja doch auch dieses wunderschöne Dings. Langsam kann's mal kaputt sein. Ernsthaft. Langsam, aber sicher... ...gehört dieses Vieh... ...mehr erschossen. ...sondern noch hier. Das ist leer geballert. Mann, Mann, Mann. Nachladen, ja, Mann. Ernsthaft? 25 nur noch. Ja, Mann. Ist kaputt. Ja, Mann. Ist kaputt. Das wäre natürlich jetzt überhaupt nichts, wenn jetzt hier so ein Headcrap-Fotzen-Fuckfee irgendwie... ...übersehen wird. ...übersehen wird mit zwei jämmerlichen, äh... ...Energie. Hat er war noch mal. Ich bin unschlüssig. Ich bin unschlüssig. Ich speichern will. Wir speichern einfach. Komm, scheiß auf. Der Kaputt. Der Kaputt. Der Kaputt. Der Kaputt. Die kleinen Headcrap-Spacken da. Die haben ordentlich, äh... ...Rüstung gezogen. Gibt's hier was? Nein. Gibt's hier auch nicht. Aber hier können wir uns wieder aufhören. Geil, geil, geil. Ja, 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 ja. Komm, das könnte auch ein bisschen schneller gehen hier, oder? Da, 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 da. Ach ja. Ja, und was habt ihr heute so gemacht? Ich hab nix gemacht. Überhaupt nichts. Gar nichts. Ich sage gar nichts. Ich meine gar nichts. 4, 9, 5, 6, 9, 7, 8, 9, 9, 9, 100. Speichern. Und das war's für heute. Macht's gut. Tschö.